Wenn der Kunde wirklich mit einem Problem zu uns kommt, in der Komponente ist es häufig so, ich möchte eine Linearschiene einsetzen. Das ist noch kein Problem. Ein Problem ist, ich habe eine Handlingaufgabe in der Batterieproduktion. Ich will eine Zelle von A nach B heben, im kleinsten Bauraum, im Reihenraum, in einer gewissen Taktzeit. Und da kommen wir ins Spiel. Wenn es um besondere Designs geht, um Wandmontagen, um lange Ausleger, um Schnelligkeit im kleinsten Bauraum, da finden wir dann Lösungen für den Kunden.